Einen wunderschönen guten Abend, ihr Schuppenkrichtiere da draußen und herzlich willkommen zurück zu dieser siebten Episode Let's Talk. Ich freue mich wie immer riesig, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, um euch über die Entwicklungen auf diesem Kanal zu informieren. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ich bin ganz zibbelig, denn in fünf Tagen, ja am Freitag, da ist es endlich soweit, da soll meine neue Internetleitung angeschlossen werden. Und ich zähle zugegebenermaßen schon die Stunden, die Minuten und die Sekunden. Allerdings muss ich sagen, kann ich niemandem empfehlen, die Sekunden, Minuten und Stunden zu zählen, wenn man auf etwas wartet, denn sonst zieht sich die Zeit wirklich wie Kaugummi in die Länge und so geht es mir momentan gerade auch. Ja ansonsten, abgesehen jetzt von dieser natürlich frohen Sache, auf die ich mich riesig freue, gab es noch in dieser Woche oder gibt es in dieser Woche für mich zwei Dinge, eine negative, eine positive. Die eine negative, die handelt mir ganz schnell ab. Naja, ich hatte mir eine leichte Grippe eingefangen, lag dementsprechend vier Tage, ja, ich sage mal ausgenockt im Bett. War jetzt auch nicht weiter schlimm, ich habe mich jetzt wieder erholt, ich fühle mich auch schon wieder besser und ja, habe mir einfach jetzt ein paar Tage Auszeit gegönnt. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Tee und dann hat mein Körper sich eigentlich recht schnell wieder an die Gegebenheiten angewöhnt und angepasst gehabt. Und inzwischen, wie gesagt, geht es mir soweit ganz gut. Ganz interessant ist bei mir, dass mein, ja, guter Kamerad, guter Freund, Käpt'n Anders, der alte, holzbeinige Pirat, mich nun in meinem neuen Wohnort, ja, heute besuchen kommen wird und ein paar Tage bei mir bleiben wird. Das wird bestimmt auch eine ganz spaßige Sache, da freue ich mich drauf. Ist immer wieder schön, vertraute Gesichter zu sehen, auch wenn uns inzwischen 800 Kilometer trennen. Und ja, dementsprechend, da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Mal schauen, was ich da die Tage noch so mit ihm anstellen werde, ob wir überhaupt die Zeit dazu finden zwischen Aufnehmen, Arbeiten etc. pp. Aber er ist auf jeden Fall da und da freue ich mich auf jeden Fall riesig drüber. Ja, ansonsten, wie läuft es weiter? Es gibt ja noch das Thema Motorsport Manager, wo mir noch was eingefallen ist, dank Rival Player. Hier auch ein Dankeschön mal an dich für diese tolle Idee, die du mir vorgeschlagen hattest und da ist mir sozusagen eine neue Idee draus entstanden. Und zwar der Rival Player, einer unserer Abonnenten, hat mir gesagt gehabt vor, ja, ein, zwei Tagen eben, dass eben neuer DLC für Motorsport Manager rausgekommen ist, der eben ein paar neue Lackierungen beinhaltet und da ist eben eine Lackierung dabei und zwar die fünfte, die eben, ja, wirklich sehr gut zu unserem Team passt, denn da sind so Schuppen auf der Lackierung mit drauf, was ich auch ziemlich cool finde. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, wie wäre es denn folgendes, weil er mich eben gefragt hat, ob wir für die nächste Saison diese Lackierung nehmen könnten. Die kostet ja eine halbe Million, das ist nicht wenig Geld, aber ich habe mir gesagt, komm, das machen wir, das ist eine coole Idee. Und dann habe ich mir gedacht, gut, warum soll ich denn eigentlich mich für die Lackierung entscheiden, das kann ich ja Rival Player machen lassen. Habe ihm dann gesagt, hör zu, sag mir einfach die Farben, die du haben willst und ich übernehme das dann eins zu eins so. Und er hat mir jetzt die Farben schon genannt, das heißt, für die nächste Saison steht die Lackierung schon fest. Jetzt habe ich mir überlegt, was ja ganz cool wäre, wenn andere Leute von euch noch Bock hätten, da sozusagen mitzumachen, können wir ja wirklich so machen, dass wir in jeder neuen Saison einer von euch sich eine Lackierung aussuchen darf. Also ich würde einfach sagen, im Moment, da wir jetzt nicht ganz so viele Leute sind, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und jeder, der eben da einen Vorschlag hat, also wirklich bitte aber mit Farben und mit der Lackierungsart, dass ich mir das nicht selber zusammenfriemeln muss, sondern dass ihr mir wirklich sagt, ganz genau, wie ihr das Auto haben wollt. Und ich übernehme das dann so. Wie gesagt, für die kommende Saison, also für die zweite Saison haben wir schon eine Lackierung feststehend, aber ihr könnt ja gerne für die dritte Saison schon mal Vorschläge einwerfen, wenn ihr denn welche habt. Ja, ansonsten, Transport Fever geht nach wie vor auch munter weiter. Wie gesagt, wir nähern uns hier auch immer mehr dem Ende, wie ich ja schon im letzten Let's Talk angedeutet habe. Ich weiß noch nicht ganz, ob wir es dann wirklich komplett beenden wollen oder ob wir es vielleicht nur pausieren, warten bis ein paar Patches kommen und es dann vielleicht bei einem späteren Zeitpunkt nochmal aufnehmen wollen, denn inzwischen sind ja unsere Städte schon ganz groß gewachsen, also die Karte macht schon ganz schön was her, da haben wir schon ganz schön was geleistet gemeinsam. Und da wäre eben die Überlegung, ob wir das noch weiter ausbauen wollen oder eben, ob wir das komplett beenden. Das weiß ich noch nicht so genau, es wird auch noch ein paar Folgen dauern, bis wir wirklich an einem Ende angekommen sind oder bis wir an einem Punkt angekommen sind, wo man sagen kann, okay, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Wenn ihr hier natürlich zu, ja, eine Präferenz habt, wenn ihr sagt, nee, pausier es lieber oder nein, beende es komplett, dann lasst mich das gerne natürlich in Form eines Kommentars wissen, würde mich natürlich eure Meinung wie immer riesig interessieren. So, dann kämen wir noch zu einer Ankündigung bzw. zu einem Spiel, das im Prinzip ich momentan so in den Fokus genommen habe, wo ich mir gedacht habe, das wäre wirklich was, was mich echt interessiert, was auch richtig cool klingt erstmal. Ob die Umsetzung dann natürlich das hält, was sie verspricht, ist natürlich immer eine andere Frage. Aber auf jeden Fall habe ich momentan ins Auge gefasst, das Spiel Urban Empire zu Let's Playen als nächstes Projekt. Das Ganze soll am 20. Januar erscheinen, also noch, ja, etwas mehr als einen Monat bis dahin. Und das Ganze wird von Calypso Media Digital gepublished. Zugegebenermaßen ein Publisher, der nicht nur für gute Spiele bekannt ist, aber ich finde trotz allem die Idee ist sehr cool von diesem Urban Empire, denn dort soll es im Prinzip, ja, es soll ein Mix aus Städtebausimulation und Politik-Simulation sein. Also im Prinzip versucht man als Familie, als eine wichtige Familie innerhalb der Stadt, ja, die Geschicke der Stadt zu lenken, über politische Maßnahmen als auch über Baumaßnahmen. Wie genau sich das jetzt alles im Detail dann spielen wird, ist mir selber noch nicht ganz klar. Ich habe mir so ein bisschen Pre-Alpha-Footage angeschaut, aber ich konnte natürlich jetzt noch keinen wirklich tiefgreifenden Einblick ins Spiel gewinnen. Klingt aber und sieht für mich sehr, sehr interessant aus. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und würde ich eben gerne ausprobieren. Denn zugegebenermaßen muss ich ja auch noch erstmal Calypso Media Digital, ja, per E-Mail mal anschreiben und fragen, ob ich hier überhaupt eine Erlaubnis bekomme, ob ich vielleicht hier sogar das Glück habe und hier nochmal zu einem Preview-Key komme, wobei ich da ehrlich sagen muss, das bezweifle ich eher, aber einen Versuch werde ich auf jeden Fall unternehmen und das wäre auf jeden Fall dann so das nächste Projekt, was mich momentan reizen würde. Ja, wie ich euch schon in der letzten Episode gesagt habe, wenn ihr natürlich Vorschläge habt von Spielen, wo ihr denkt, die passen so in mein Beuteschema, ihr habt ja selber gesehen, so was mich so interessiert. Ich bin halt jemand, der gerne Management spielt, also es kann auch gerne mal ein Actionspiel sein, so ist es nicht, aber im Grunde genommen spiele ich eher die ruhigen, sachteren Spiele, wo man halt ein bisschen Kopf benutzen muss und nicht einfach nur es um sehr schnelle Reflexe geht. Deswegen, wenn ihr da irgendwelche coolen Ideen habt, dann immer raus, damit würde mich immer riesig interessieren. Schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schreibt mir auch eine persönliche Nachricht, also schreibt mich persönlich direkt an, wenn ihr da eine coole Idee habt und ich schaue mir das dann gerne an und werde dann abwägen, ob das eben, ja, ein Projekt ist, das ich gerne let's playen will oder eben nicht. Darüber hinaus war ich noch am überlegen, ob ich vielleicht eines der wenigen, sag ich mal, temporeichen Spiele, die ich momentan auch sehr gerne und sehr viel spiele, vielleicht auch als Let's Play mal mit einbringen soll. Deswegen meine Frage auch hier direkt an euch. Was haltet ihr denn von einem Let's Play zu beispielsweise, oder was heißt beispielsweise, zu ganz speziell eben in diesem Fall Rocket League? Also ich spiele tatsächlich sehr regelmäßig und schon seit sehr langer Zeit Rocket League, eigentlich so ziemlich, seit es rausgekommen ist. Habe inzwischen auch auf meinem Steam-Account sage und schreibe 1000 Stunden in dem Spiel verbracht. Kein Witz. Also ich bin durchaus ein recht guter Spieler. Ich würde mich jetzt nicht als Vollprofi bezeichnen, das würde zu weit gehen. Aber ich kann das Spiel schon, definitiv. Und ja, keine Ahnung. Man könnte das Ganze natürlich so, also ich würde es jetzt nicht als tägliches Let's Play anstreben, wenn man sowas machen würde. Eher sowas wie einmal die Woche. Ob das jetzt ein One-and-One ist oder ein Two-and-Two oder Three-and-Three, da müsste man halt eben gucken. Ja, und da würde mich eben einfach interessieren von eurer Seite, ob ihr daran auch Interesse hättet. Denn ich spiele sowieso immer mal wieder und eigentlich würde es mir auch keine Schwierigkeiten bereiten, das aufzunehmen und nebenher zu kommentieren. Das müsste dann natürlich mit 60 FPS aufgenommen werden, damit eben, ja, das Bild halt flüssig dargestellt werden kann, wenn ihr euch das als Video anguckt. Und da muss ich natürlich warten, bis ich die neuere Leitung habe, denn 60 FPS-Aufnahmen sind natürlich nochmal viel, viel größer, als es 30 FPS-Aufnahmen sind. Aber auch da, wie gesagt, da ja am Freitag die neue Leitung dann steht, sollte das ab dem Moment kein Problem mehr sein. Das war auch das Einzige, was mich bisher abgehalten hat. Und da würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, yo, Rocket League klingt cool. Zeig uns auch mal da so ein bisschen deine Skills, was du so kannst und kommentiere das so mit deiner gewohnten Art. Wobei ich da gleich sagen würde, wenn ich das kommentieren würde, also wenn ich das Ganze auch let's playen würde, dann werdet ihr aber von mir da auch einen etwas aggressiveren Kommentarstil als vielleicht gewöhnt erleben. Denn ich bin schon ein alter Competitive-Spieler, auch wenn man es mir vielleicht, ja, in Transport Fever oder eben auch hier in Motorsport Manager nicht unbedingt anmerkt, auch wenn ich da sehr emotional natürlich das Ganze versuche zu kommentieren, bin ich bei Competitive-Spielen schon ein ziemlich böser Hund, muss man mal ganz klar so sagen. Da bin ich schon eine alte Schlange, die auch mal gerne ein Giftbiss loslässt, ohne dabei allerdings zu ragen. So, in dem Fall, liebe Schuppenkrichtiere, denke ich, habe ich euch alles erzählt, was ich euch erzählen wollte. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Wenn ihr das Ganze kommentieren wollt, speziell jetzt auf die ganzen Fragen, die ich in den Raum geworfen habe, dann tut das gerne. Es hilft mir immer sehr, wenn ihr das kommentiert, denn dann weiß ich auch ein bisschen, in welche Richtung wir uns weiter bewegen können. Und wenn ihr mir helfen wollt, dass wir noch mehr Schuppenkrichtiere hier auf dem Kanal dazu gewinnen können, dann würde ich mich wie immer riesig freuen, wenn ihr über sozialen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Google+, oder eben Twitter, meine Videos teilt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.